einen schönen guten tag zusammen und vor allen dingen einen schönen guten tag herr hoffler wir machen heute einen kleinen rollentausch weil normalerweise bei den b2b experts sind sie der fragesteller und sie haben experten im studio aber heute sind sie als geschäftsführer der skireum gmbh selber der experte und das thema ist die digitalisierung im produktionsverbindungshandel aber sie haben ja neben den b2b experts noch andere formate also insofern sind sie ja gewohnt dass man ihnen fragen stellt und damit denke ich wollen wir direkt mal starten wie ist denn aus ihrer expertensicht der sie auch ja schon lange diese branche und deren digitalisierung begleiten so der stand der dinge wie würden sie denn die digitalisierung im pvh einschätzen ja erstmal vielen dank für die möglichkeit hier mit ihnen das gespräch zu führen die digitalisierung der pvh branche schreitet voran man muss aber man kann auch sagen in den letzten zehn jahren hat sich da schon extrem viel getan muss aber auch sagen dass es da schon andere branchen gibt die dann doch deutlich weiter sind also gerade wenn ich mir da zum beispiel die srk branche oder die elektro branche auch kfz anschaue da ist man was sachen digitalisierung angeht dann doch noch einen deutlichen schritt voraus gerade wenn man sich zum beispiel die e-commerce quoten anschaut ist der pvh bereich doch noch mehr deutlich deutlich hinterher wir sehen auch dass das thema standards nicht so ausgereift ist wie es wie gesagt in anderen branchen schon mal sich anschaut item fängt jetzt gerade so das erste zarte pflänzchen an im pvh bereich in elektro ist es quasi schon seit jahren im prinzip gang und gäbe und auch im srk bereich sind deutlich deutlich weiter hängt denke ich sicherlich auch damit zusammen dass der pvh bereich viel viel fragmentierterer markt ist und es viel mehr markteilnehmer gibt als es jetzt in den anderen branchen der fall ist dass in die konzentrations prozesse schon viel weiter fortgeschritten das ändert sich ja gerade ja und ist ja mal darin sehe ich aber auch natürlich ein hohes risiko ja weil es einmal diesen ja die diese fehlende digitale readiness ja auch halt eine große flanke offen lässt für irgendwelche pure player die dann da natürlich sind wir sehr schnell sich sehr breit machen können gerade wenn man sich jetzt auch anguckt amazon mit amazon business hat da ja auch jetzt schon sich ein ganz schönes stückchen vom markt einfach abgegraben und ich glaube auch davon mutes und weiter vor laufkurs das ganze nicht auszuweiten also insofern gewinnen da vorsprung ja genau das ist halt das thema dass man da natürlich einfach sehen muss da sollte man diese lücken natürlich schließen ja um einfach da aufzuschließen gibt genug gute beispiele in anderen branchen dass man da wirklich auch mehr gas geben kann aber es gibt ja jetzt in der in der branche immer noch viel verhalter die meinen mit einer website ohne shop oder noch eine informationsseite oder vielleicht sogar ganz ohne diesen digitalen kram auskommen zu können vielleicht weil es auch immer noch ein bisschen neuland ist was was hatten sie denn solche leuten und worauf müssen die denn in zukunft da überhaupt achten was denen passieren kann da also da den rate ich jetzt also wer heute sagt mit diesem kram kann ich nichts anfangen sollte auf jeden fall mal noch mal deutlich auf sein alter schauen ich sage mal wenn jetzt jemand 62 63 jahre alt ist kein nachfolger hat und sagt komm schäfchen sind alle im trockenen ich mache das noch bis 65 und dann sperre ich zu und das war's und habe dann meine zeit gearbeitet und habe habe meine meine brötchen gebacken dann ist es meinethalben für diesen einen fall noch legitim dass man das so macht ja quasi ich denke mal so zwei drei jahre kann man das schon noch tun wenn man wenn man eine gute kundenbindung hat und vielleicht auch bereit ist noch irgendwie mal 20 30 prozent umsatz zu verlieren aber jeder der irgendwie einen zeithorizont größer drei jahre hat muss sich mit dem thema beschäftigen aller aller spätestens seit corona denke ich ist wirklich dem letzten eigentlich vollends klar geworden dass es kein zurück mehr gibt und dass es auch kein ohne gibt das gibt ich weiß gar nicht von wann das genau ist das zitat glaube schon von 99 oder noch früher gibt es uns und so netten spruch von larry allison dem ceo von oracle der damals gesagt hat der ist only e-business or out of business und das ist im prinzip das beschreibt es eigentlich ganz gut ja dass wir einfach in allen branchen sehen dass es massive zuwachsraten gibt und ich eigentlich als als händler überhaupt keine chance mehr habe wenn ich einfach dieser transformation nicht irgendwo schritt halte dass ich kann irgendwann habe ich keine keine vergleichbaren prozesskosten mehr kann dann einfach nicht mehr mitspielen bei dem thema entweder fällt mir der umsatz komplett oder ich kann das dann einfach auch nicht mehr kostendeckend anbieten und von daher wie gesagt halte ich es da wie larry allison sagt ja there is only e-business or out of business okay also für die über 60 jährigen ist es die frage der unmobilgröße die dann hinterher ansteht und für alle darunter die frage was denn eigentlich ein online shop wenn man denn eine neue aufsetzt oder sich damit beschäftigen will was denn eine solche aktion kostet und da kommt ja oft die anmerkung aus dem händlerbereich das ist unendlich teuer diesen diesen shop aufzustellen und den auch zu betreiben sie haben da gerne mal das beispiel eines geschäftswagens mit angeführt mögen sie keine sufs oder was wollten sie mit dem mit dem beispiel sagen naja ist also wie gesagt das ist ja das thema ich kenne das noch man muss auch sagen in vielen unternehmen ändert sich das mittlerweile auch aber die investitionsbereitschaft ich kann natürlich nicht sagen ich möchte jetzt hier bitte mein geschäft transformieren möchte da vielleicht irgendwie sieben oder achtstellige umsätze darüber machen bin aber nicht bereit da mehr als 300 euro im monat zu investieren das geht natürlich nicht auf ja also da muss man einfach auch mal gucken was was haben denn amazon investiert was hat denn zalando investiert ja was haben denn andere große in konrad oder sowas investiert der jedes jahr in seine digitale plattform und deswegen sage ich immer so ja etwas kätzerisch solange der online shop weniger kostet als die dienstwagen kosten der geschäftsführung ja oder oder wenn man es weiter spricht die dienstwagen kosten der außendienst mitarbeiter dann läuft irgendwo was falsch das ist ein gutes indiz dann dafür dass man für den part vielleicht ein bisschen zu wenig ausgibt weil es immer mal ehrlich wenn 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 die geschäftsführer jetzt zwei nummer ein kleineres auto fahren wird das genau gar keinen impact auf den umsatz haben oder zumindest kaum mehr wenn ich mich halt digital nicht vernünftig aufstellt das tut die nächsten jahre wirklich weh also das ist einfach das thema um das auch noch mal von vorhin aufzugreifen das kann man vielleicht auch so plakativ sagen ja für alle über 60 oder vielleicht 62 jährigen geht es vielleicht noch um die größe des wohnmobils für alle anderen geht es ums überleben also da ist es wirklich es ist geschäftskritisch und das muss das muss einmal klar werden sagen es geht hier nicht drum ja kann ich jetzt irgendwie abends am stammtisch vielleicht noch ein eine geschichte toller erzählen oder so sondern es geht dann darum dass im zweifel wenn ich das thema halt verpasse ja ich meine quelle necker mann haben es vorgemacht ja otto hat es hingekriegt ja die stehen heute gut da die anderen beiden gibt es nicht mehr so und also das ist wirklich das thema da geht es nicht darum ja bisschen besser bisschen schlechter sondern es geht da schlicht und ergreifend darum kann ich am markt bestehen oder scheide ich aus dem markt dann im zweifel auch aus wenn dir dieses video gefallen hat freuen wir uns über einen daumen nach oben am besten du abonnierst unseren kanal und aktiviert die glocke so wirst du direkt benachrichtigt wenn wir ein neues video hochladen und verpasst zukünftig keine folge mehr ach so und hier geht es zum nächsten video vielen dank fürs zuschauen und bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal